Und damit herzlich willkommen zurück zu Counter-Strike-Sauce mit... mit was? Mit Damien-Kartade. Oh, jetzt geht's aber los hier. Du hast gesagt und herzlich willkommen damit. Also damit, ja, nee. Beste Ansage der Welt von allen, Leute. Counter-Strike-Clobius-Fances, natürlich. Mit Source, Leute. Gude-Engine. Okay, äh. Okay, A-Rash. Der ist auch an, ja. Die Weed'em-Boys, oder? Der ist schon drauf. Die haben halt wirklich harten Hacker. Da ist einer. Ja, der hat. Ja, der soll ja er an. Wir beide haben nicht an. Der ist noch hinter mir, oder? Nein. Komm schon. Also einmal hab ich 16 Schaden gemacht. Das ist traurig. Ja, hätt' ich, äh, 10er-Fers-Man-Hating getötet. Das wär ins Haus nicht passiert. Da hätt' der eine schon A's gehabt. Mit Dauerfeuer. Auf die Füße. Wann kommt hier eigentlich die neue Engine mal raus? Ja, das wird gar nichts, ey. Nach dem letzten Major von drei Monaten. Gehen wir zu dritt B? Gunran, boosterst du mich rein? Wo willst du rein? In den Schacht. 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 Los, komm rein. Innen hocken. Da ist einer. Gunran, booste mich doch. Jetzt rennt er weg. Ja, weil da einer war. Komm. Mitte noch einer 50 AP. Einer schon bei uns in der Base. Kommt jetzt vor AP auf. Ja, das ist der der 50 AP. Der kommt unten unten. Was hat der denn für'n Model sah so komisch aus gerade. Ja, der sah aus wie wenn er ein Messer in der Hand gehabt hat. Ja. Das war das Messer was schießt übrigens. Pff. Der sah aus wie wenn er ein Messer in der Hand gehabt hat. Ja, das sieht komisch aus gerade. Das ist ein neuer Hack. Der Messer in der Hand hackt. Ach. Das ist um den Gegner zu verwirren. Boah. Gunnar, wenn ich sage boosten, dann mach ich die Mitte von dem... Ja, dann werden wir beschossen werden von zwei Leuten. Es muss schneller gehen. Es muss schneller gehen. Alex, du musst einfach auf deiner Posi bleiben. Ja, das ist doch die Mitte. Und die nicht jede Runde... Nein, das ist nicht die Mitte. Kennt ihr nicht die krassen Tricks? Ja, das ist, wenn du zu zweit Mitte Deves machst das Sinn. Aber nicht Solo. Ähm. Let's go up. Och. Nein. Jawoll. Es geht doch. Jo. Mitte. Wir haben sowieso noch ne Ico. Also alles kurz. Ja, Mitte. Danach wird's erst kriminell. Mitte drei Leute. Einer ist schon close. Einer weg. Einer ist oben drauf glaube ich. Ja. Einer Schacht. Einer beim Schacht. 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 Oben links einer. Oben links einer. Oben links einer. Einer side. Goa. 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 Yippie yeah. Das ist hier ein Polizist mit Laserschweren. Noch einer. Um Gottes Willen war das schlecht. Die haben die Bombe. Fuck. Fuck. Dann lass auf B gehen. Mitte. Mitte ist die Bombe. Ja. Ich hab noch acht Schuss. In dieser Ecke ist er da links. Mann, das kann nicht sein, dass ich dich treffe. Ja, ist ihn. Der andere ist vorwärts. Warte mal vorwärts bitte. Ja, ist er. Der hat irgendwas mit Scope. RBP oder Scout. Er hat nur noch 30 Sekunden. Einen Flash. Nice Flash. Nice. Pssst. Gude Eko. Gude Eko. Hast du da hingesprüht? Ah. Nice Eko. Banalismus. Hier braucht man ja keine Helme. Einen Source. Ne, wenn die eh AKs haben. Also gerade jetzt brauchst du nen Helm. Nein, eben nicht. Weil die jetzt nicht mit AK rumlaufen werden. Meinst du? Ja. Mittag. Stimmt. 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 Ich dachte wir sind Terror bei AK. Oh nö. Mitte oben Dach ist einer. Goa, Goa, Goa. 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 Das ist ne gute Musikrichtung, diese Goa Musik. Ja, das ist ein oller Goa Typ ne. Steht nur ab da. Steht nur da. Oh, der ist auch ein salty Dude. Weil jetzt irgendwas passiert, muss er wem die Schuld gehen. Aua. Ich hab eins noch gekriegt. Blaschling. Wie kann das sein? Das ist aber ein bisschen schöner. Wir haben noch alle AKs gehabt ey. Was habt ihr? Der hatte doch kein AK. Doch. Da lagen drei Stück. Was ist mit dem los mit dem Dude? Mit Paprika? Ja. Paprika. Ich hasse übrigens die Mitte ne. Du wolltest doch nicht. Ich wollte nie Mitte. Nur auf meinen Maps. Du hast direkt. Und hier. Ja ja. Hier. Alles. Ja. Hier. Hier. Komm ran. Hier. Ja, ich bin auf B. Sorry. Ich war leicht in Panik. Ich geh jetzt mal drüber. Boah. Ich war leicht in Panik. Ich guck da hin. Aber komm alle fünf da um die Ecke. Paprika. Boah. Wir haben noch zwei geholt. Ja. Boah. Das ist ein Wort. Ohne Wert hast. So. Gohan. 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 Der redet von Dragonborn. Nein, die gehen jetzt nicht A. Die gehen jetzt A. Könnte ja umgekehrte Psychologie sein. Mitte ist sauber bis jetzt komplett. Einer vor B bis jetzt. Kann aber auch sneaken. Da kommt einer näher Kunran. Muss. Moch. Alter ich kann die Smokes alle nicht mehr. Shit. Versuch mal grad was Kunran. Er schießt mit nem Schatten. Nice. Einer Tür. Total random. Trotzdem. Sagen wenn ich rüber kommen soll von Mitte ne. Weil Mitte ist nix. Na gut geht auch so. Das ist der Typ mich einfach mal anschießt alter. Ich glaube das Goa. Mitte war einer. Wir schieben wahrscheinlich zu B dann. Wenn der eine in der Mitte war gerade. Okay. Alles klar. Oh Mann ey. Musste das Spiel neuer lernen. Von Grund auf. Krass wie wir das verlieren wie schnell. Main is the last one main. Ja main. Boa. Ist ja schon down. Ich muss das gar nicht in game callen. Ich muss das gar nicht in game callen. Oh. Ah. Mann hab ich mit Kunran. Waffe Waffe Kunran. Waffe Kunran. Nimm die AWP links mit. Links. Ruck mal in AK. Nein weiter rechts. Nimm die AK. Nimm die AK. Nimm die AK. Da ist die AWP. Nimm das AK. Das war jetzt ein bisschen übertrieben. Das ist echt unnötig. Ich hatte Panik. Ich hab Angst vor Luftballons. Ich kann leider nicht mehr defusen, die Bombe ab jetzt. Voll gemein eigentlich gegenüber dem Typen. Der wollte halt nur einen Call machen. Obwohl, wenn er stirbt, dieses... Das ist dann nicht mehr so... Nö, das hab ich schon gekauft. Muss das eben hier im Metall... Drei AWPs, das Spiel fand ich das doch richtig, das Spiel, oder? Vor allem Doppel-Off auf B. AWP auf B, beste Waffe, ey. Ja, stopp! Was? Die haben auch drei AWPs. Ja, aber gegen mich können sie ja nichts. Meine Smoke rollt noch rein. Ich seh sie. Die kippt mich voll. Sie rollt immer noch. Das ist die unendlich rollende Smoke. Die gibt noch Fahrt auf. Die dreht im Kreis. Warum dreht die denn? Was ist das für eine Ultra? Denkt ja, boah, Pop-Flash. Letztes schieß ich. Gutes Sauerfeuer. Einer Mitte. Max Control. Bitte mal down, den hat Kunan insgeklickt. Einer ist noch Main. Er hat aber auch ein bisschen gefressen. Wir könnten wieder B gehen, Kunan. B ist Schmock B. Ja, B. Schmock B. B ist Schmock B. B ist Schmock B. B ist Schmock B. Wie ein Winkel. Nein, der pusht. Ja, das Spiel dann wäre Alex. Ne, dann wäre er heute noch auf A. Ne, das ist safe. Ich habe keine Waffe, das ist böse. So, ich habe nicht drauf geachtet. Schmock B. Das gerne gewinnen, ja? Ihr Bobos. Ich habe Mitte nix, ne? Ich kann mich eigentlich nicht treffen gerade. Unser Random geht jetzt... Goa. Goa. Ist jetzt die Mitte evakuiert? Damit ist gesmockt. Colt, da ist gar nichts mehr wegen dir. Können die nicht durchlaufen? Ne. AWP B. Ja. Ja, Playground. War ich? Ach, geht's? Lol, die AWP hat mich... Ich weiß nicht durch wie viele Wände durch. Mitte ist sauber... Also Mitte ist nicht gedeckt. Mit dem Argo. Riesenunterschied, ne? Zwei noch A. Einer Tür. Boah. Eine Armee in einer Tür. Sieht sie gut aus. Ah, ihr habt die Bombe. Okay. Oh, oh. Oh, oh. Alter, wie viele Hände da auch? Lol. Lol. Da kommt eben eine Tür raus. Ich habe mir schon wieder keine Waffe leisten. Was soll denn das für ein Dübel-Dübel-Dübel? Was denn schmeißen hier? Spiel ist echt wie Max. Ja, wir haben den perfekten Dürbel gefunden. Ja, ja. Wechselt jede Runde die Posi. Ach, ich habe nicht die Posi gewechselt. Ich gehe jetzt über A Mitte. Warum? Weil ich es kann. Was? Ach, boah. Nein. Nein. Meins war hier, weil... Na. Ja, warum hier keine B? Nein. Ja. B ist doch einer, oder? Ja, ein Random Schmuggler. Der mich jetzt geteamflasht. Yes. Noch mehr. Oh, gut. A. Ja, noch mehr A. Da hat noch einer 40 aufspot. Der schillt immer noch auf B. Einer uns von 40. Oben ist Highway. Hab ich ihn gekillt? Nein, das ist mein anderer. Den 40 hast du. Immer noch hier. Forklift. Immer noch... Du hast ihn gesehen, alle? Y oder wie es da hinten heißt. Umgegriffen. Ja, verloren. Verloren. Lol. Heißt das bei euch auch Y? Ja, ne? Ja, ist zu weit weg. Run! 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 Ich hab nicht so einen Kauf für die Mitte. Ich brauch da ne AWP oder irgendwas. Ne Scout. Ne Scout. Ne Scout, ey. Wer spielt ne Scout? Ja, nimm halt ne Scout. Lauf nie mit der Pistel rum. Boah. Boah. Ne Scout, ey. Da ist wieder kein Mensch. Mitte. Wird gerusht. Deploying Flashback. Deploying Flashback. Nein, er ist doch slow. Er ist doch LVP. Nein! Hey! Ich war doch schon hinter der Ecke. Ja, hier. Netcode. Wir spielen Rainbow Six wieder. Ähm. Bei A, LVP. Oh! Bei A, LVP. Das ist der letzte Gegner, Alter. Ja, der war bei A. Ja, der LVP. Nein, put ihn. Bumbe liegt da. Warum hackst, Alter? Weil ich ihn da so krass gedrückt hab? Kann nicht sein, dass du ihn erwischt hast. Er hat noch LVP. Nein, ich mein die anderen drei. Ich hab drei Leute, die da bitte richtig... Ja, nein. Die waren auf K. Guck mal, wie er von A kommt will. Hier. Da ist er grade. Wir hab ihn gleich. Jetzt ist er links und du bist gemessert. Wo ist er? Zeig nochmal. Warte. Er ist grade da. Jetzt kommt er grade da raus. Sneak. Versteckt sich? Warum versteckt er sich hier? Unter der Kiste, meinst du? Ne, ne, ne. In der Base versteckt er sich, ne? Boah. Mach mein Meter. Warum ist er da? Du musst einfach mal so random in irgendwelche Ecken flicken. Loil. Boah. Hier in Deep Style. Hab ich ihn gesehen. Nein. Boah. Boah. Na ja, schon wieder keine Waffe. Es ist halt echt lustig, wenn du halt smurfst. Wie du halt predikten kannst. Dann drück mal bitte nein. Was halt so Predictions eigentlich ausmachen in dem Spiel. Das ist halt echt witzig. Oh, schlechte Nate. Boah. Was machen die jetzt? Stehen die alle in der Base oder was? In der Base. Boah. Boah. Du in front of B. Was war das denn? Ich bin gespannt wie viele Leute sich beschweren bei mir in dem Video, wenn ich das wieder hochladen sollte, ne weil meine Waffe links ist, ich spiel mit linker Waffe in ToFunderspie, Mothafucker Alter, was ist das hier für eine Beleidigung ey, wird es gesmoked, wie hieß nochmal damals die Beleidigung Mensch ohne Freunde, was, doch das gab es, das kennst du auch, die Kids kennen das noch, die coolen, also keiner aus meiner Kopf, die coolen kennen das nicht, 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 war du lutschelst, warum, geht der nicht rein, warum hab ich nur falsch gemacht, was für ein Fake Rainbow Server, ja das hab ich mich auch schon gefragt, auf A, B drauf, auf A, B drauf, Hilfe, 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 also Leute meine Community ist cool, wollte ich damit sein, das war die Kernaussage, und ihr seid cool, Alter wer ist das denn neben mir da, wer geht da einfach quer, was ist das denn gewesen, oh ne ey, was ist das cool bei dir, die Rainbow Community, was, alle, meine ganze Community ist cool, alle, meine ganze Community ist cool, alle, meine ganze Community ist cool, wahre Worte, jetzt gesmoked, Mitte, oh fuck, ich bin down, ich bin nicht down, bitte rushed, wohin, weil du stehst ja noch, ich sehste nicht, ja, Highway Home, ach, ja, er hat mich gerushed, ja, es ist halt Mitte überhaupt nicht gedefft, ne, doch, ich hab Mitte gedefft, ich hab so einen gekillt in der Mitte, was ist denn jetzt los da draußen, auf den Train, auf A, zwei K, einer noch K, ja, klar, bei Daniel laufen die einfach so in eine Reihe, da, nein, er hat 28 AP, sagen wir, dass er A gehen soll, 528 AP, bitte, rot, er ist rechts, rechts, man hat ihn gesehen, hat man nicht, ich hab gelogen, ich dachte auch, hinter der Smoke, aber ich dachte, ich hab ihn hinterm Stromkasten gesehen, dachte ich auch, dachte ich auch, doch, läuft, zieh durch, zieh durch, zieh durch, oh Gott, schnell doch einfach nicht, doch jetzt, oh, der stirbt noch, what? Irgendwie ist bei mir grad irgendwas kaputt, hört man das im Hintergrund, hört man das im Hintergrund, hört man das im Hintergrund, ich hoffe nicht, oder? Nein, ok, ich hab hier irgendwie Feuerwerk drei Meter neben meinem Fenster, das war die Bombe, du Feig, nein, und warum höre ich die immer noch? Das ist ein Soundtrack. Mitte. Ja, das war B-Rush Mitte. Ja, Mitte ist nur einer, der ist tot. One more B. Ja, zwei Stück B. Komm jetzt gleich, komm rein jetzt Alex, da genau, da ist er offen. Hä? Was? Was ist denn das für ein Rainbow Shield? Was ist denn da? Du hast ihn nur in den Fuß, ich hab aber kein Damage gemacht. Doch hast du. Der letzte ist auch noch davor, hat einen Scout, der den Fuß abbekommt. Gute Waffe wechselt. Ja, deine Glanzleistung meiner Meinung nach. Du hast bestimmt Betaserver. Ey, du hast ihn einfach ganz normal gegen den Glanz, wenn du nicht gestorben bist. Aber du musst doch Damage kriegen, oder? Hat er doch. Ne, hat er nicht. Also es war kein Blut bei mir. Doch, Ja, weil dein Rechner so low ist. Ja, ich spiel auch Countless Ich hab das Blut ausgemacht. Wir sehen Mitte nichts mehr. Mitte ist, einer ist Down, Mitte irgendwo ist der andere, keine Ahnung wo. Einer ist Mitte Down, wo ist der andere? Ja, der hat mich durch die Spock erschlossen. Die anderen drei, die noch leben, sind auch irgendwo, Leute. Wollen wir da, boys? Was? What the fuck? Darl, ich hab keine Ahnung wo der ist, ne? Ich hab keine Ahnung wo der Schusskarte herkam. Da kommt man nach nach einer Ecke irgendwie ne Bon gezogen oder so. Völlig egal ob ich sterbe oder nicht. Ich glaub der ist hier ähm. Der ist auch noch da. Der ist auch noch man. Der ist ja irgendwo rumgammelst mit einer Shotgun. Was war das denn für ne Smoke? Was war das denn für ne Smoke? Ja. Der sollte die Smoke eigentlich nur droppen sehen und denken es ist ne Flash aber er hat gar nicht geguckt. Guck mal, Gunnar ist VIP. Very important person. Heck nein. Das muss man wegwerfen ne, hab ich gehört. Beagle, Alter. Und ne Fake Flash. Beagle und Fake Flash. Alex hat die Bombe, wenns los geht. Ne. Hast du doch und zack. Wer hat die Bombe? Du hast die Bombe. Komm her. Ich krieg nicht. Ich krieg nicht noch. Noch. Ich krieg nicht. Ich renne mit der Bombe auf den Spot ey. Und dann leg ich dir auf die Füße. Dann plant ich gerne. What? Hinter dem Duck Truck. Ah, er hat an. Jetzt angemacht. Ich renne jetzt raus Leute. Hier nehmt die Bombe. Einer war Yellow. Oh, die Nate hat gesessen ey. Oh lol. War es ein Hunderter? Weiß ich nicht. Ich kann gleich jetzt checken. Einer ist Barrels short. Und? 93. Oha. Einer äh. Oh. Cool. Cool. Cool ne. Er hängt da rein. Na CT. Ja klar. Wir sind ja auf Terror. Was denn da? Blende doch ey. Da ist doch nix. Ich hab doch gehört, dass er näher kommt oder? Damit man es von da aus treffen kann. Ich hab die Bombe ausprobiert du gar nicht hören können. Nice. Ich hab Kills mit der Wiege gemacht. Mit der Wiege. Mit der Wiege. So, willst du wieder haben? Echt'n Scout Killer. Ja. Wo sind denn diese ganzen Waffen hier die ich suche? Oh, warte mal. Ich will was versuchen. Ob es noch so geil ist wie damals. Ah, die gibt's doch hier gar nicht auf der Seite. Na gut. Was denn? Cool hier. Die Supernova. Äh. Nicht die Supernova. Die. Äh. Max7. Max7. Noch einer. Töt'n. Whitebox. Ich hab den Keks. No Scout. No Scout durch die Smoke. Muss ja auch durch die Wand gewesen sein. Ja. Ist auch. No Scout durch die Smoke und durch die Whitebox. Ne ist er nicht. Natürlich ist der hier. Ne der kommt von hinten. Der ist in der Base und versteckt sich. Linksüber. Ich dachte schieß mir den Kopf. Bin defused. Oh. Er ist Mitte. Oh. Dafür, dass die uns im Warm-Up richtig fertig gemacht haben, liegt es jetzt ganz okay. Der High macht ja und drückt ja auch weiterhin. Ja. Im Warm-Up haben wir richtig kassiert. Einer mehr Hacks gehabt als der andere. Hacke Peter. Hacke Peter. Ich will die Bombe nicht. Hacke Peter. Ich will die Bombe nicht. Abhaut. Jede. Geht er für sich. Ich glaub die haben die Bombe. Einer links. Close. Links noch close. Einer. Guck mal ohne Assist geht da gar nichts. Die Paprika drückt aber zurück. Sind alle auf B-Konon. Und dann hat er in der Ecke noch einen. Habt ihr denn einen gehört? Ja, na klar. Ja, ja, da kommt die Rasse mit Alex. Drei Mannsruhe. Super. Alles klar. Guck da mit dem Rücken noch mal raus. Du hast die Szenen gesehen. Bailed. Bailed. Du hast links unten einen und close. Auf den Kisten links meinst du? Ne, ne. Der ist glaube ich jetzt links unter Heaven gegangen. Ja. Guter Call. Guter Call. Ich hab gesagt, der ist rechts unter der Kiste. Wow. Wo er sich hinstellt. Boah. Was? Was hast du eigentlich für so ein hässliches Gesicht alter als Bild? Das ist ne Schafsmaske. Und mein Text heißt, der schweigende Lämmer. Was ist das denn scharf? Das ist doch ne Giraffe. Ja, weil's gelb ist, ne. Weil das nicht gelb ist. Ja. Ich krieg's ja wieder, ne. Oh, Mann. Äh, Yellow. Auf. We- What? Was? Was ist jetzt passiert? Wie? Ich glaub immer noch, dass der eine an hat. war nur zu schlecht. Alter. Kommt der her. Wie geht'n da ab? Über dieser. Oben. Heaven. Wer ist das da? Hau da durch. Soll der hier helfen, oder? ADFK. Guck mal, ich hab auch gecallt, wo wir planten. Guck der da in die Luft, hat die Hex grade angemacht, damit's noch gewinnen. Ja, grad am einstellen, ey. Gleich dreht er sich. Settings. Loaded. Ich brauch mal hier was anderes. Oh, ich hab ne falsche. Ich hab die OMP gekaukt. Durchsiebst du die Mitte? Wie könnte man die Waffen nochmal angucken? F. Oh, das war die falsche Taste. We kill them all. Ah. Oh, schön. Was haben wir in zwei Jahren so voll lernt, ey? Er ist echt... Er ist wieder rausgegangen. Zwei Leute K. They see me rolling. Ich weiß nicht, Dauerfeuer machen muss an alle Pro-Gamer. Der Nägel. Okay. Einer B, zwei K. Ja. Okay. Wo denn? Äh. Upper, 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 Upper. Ist down. Ich dachte, du hast ein Schöne dabei. Was ist denn da los? Was ist das denn? Klar, klar. Haben sie gesehen. Du musst jetzt erst nachladen. Ja. Du kannst... Die wird genauer, je öfter du schießt, den musst du nicht aufhalten. Die hat bei mir hingeschossen sogar. Ich hatte schon hundertprozentig... Du hast überall hingeschossen. Du hast überall hingeschossen. Ja, weil alles wäre getroffen worden. Wieso? Wer kippt mir nicht mehr? Wod... Wodka... Balalika. Was hast du da für komische Anzahlbildung? Ach, du hast immer noch die Nagel. Ich bin gestorben. Achtung, ich werde jetzt gleich schon mal anfangen, mich warm zu schießen. Nein, fang mal an. Da ist noch einer Y. Geh aus dem Weg, Alex. Du wirst gehitet. Ich geh rein. Okay, alles klar. Komm. Jetzt sind wir auf dem Spot. Oh, ja. Mich kriegt er mit der CZ, ey. Ich bin voll. Vielleicht hab ich nicht... Nein, weiter. Die Waffe war leer. Das ist die Frontline, Alter. Auf einmal geht's los. Dann musst du dahinter stehen. Das wäre echt geil, wenn man so ein dickes Kevlar kaufen könnte für 6.000 oder so. Und riecht jemand aus. Kommst du das Frontschwein da raus. Oh, das war der falsche. Irgendjäh. Rang 40, Alter. Ich kann mir hier mein Abzeichen gönnen. Nice. Good job, WH. Sei. Kann ich nicht mehr schreiben. Doch, da. Wer war dran? Danke für das Einschalten. Hoffentlich hat's euch gefallen. Bei CSStars. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei CSStars. Und nächstes Mal geht's mal wieder bei CSStars. Tschüss. 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 zur inversologie ovan. Tschüss. Gerne, jung nuestros insane Twitter.